Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo und ganz herzlich willkommen! Aldehyde und Alkohole sind euch wohl bekannt. Ihr wisst gut, dass man sie ineinander umwandeln kann. Wusstet ihr aber auch, dass Aldehyde mit Alkoholen chemisch reagieren? Dabei entstehen zwei neue Verbindungsklassen. Halbacetale und Acetale Dieses Video trägt den Namen Halbacetal und Acetalbildung. Aldehyd und Alkohol Mischt man ein Aldehyd mit einem Alkohol, befindet selbst bei Erwärmung keine Reaktion statt. Wir erinnern uns, eine Karbonsäure reagiert mit einem Alkohol zu einem Ester nur dann, wenn eine Säure als Katalysator anwesend ist. Als Katalysator dienen Bronstedtsäuren, häufig wasserfreie Schwefelsäure. Die katalytische Wirkung wird dabei von Protonen bewerkstelligt. Halbacetal Ein Aldehyd beginnt zu reagieren, sobald Protonen anwesend sind. Erster Schritt Protonierung Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.